willkommen zurück zu einer weiteren runde raft so heute empfiehlt der koch high happen mit ein bisschen champions werden wir uns deliziös mal zwei haben rein pfeifen noch mal ein schlückchen wasser und dann werden wir uns jetzt weiter den bauen befinden das heißt ich werde jetzt erstmal gucken dass ich hier die netze kurz mal ein bisschen mehr macht läuft hier so zwischendrin immer noch mal zwei drei sachen drin fast so denn ich möchte jetzt so ungefähr schon mal die seiten so ein bisschen fertig haben damit ich dann auch weiß wie hoch ich nachher mit meiner kommandobrücke gehen möchte also sprich kapitäns kajüte und wo und ja das segel dann halt auch gut rumreißen können wenn denn was ist weil das problem ist ja wenn man das ding jetzt hier zu hoch haben dann kann ich ja nicht so gut drüber gucken das heißt ich muss dementsprechend auch drüber gucken können so von der seite haben wir es jetzt soweit fertig das heißt hier mache ich jetzt quasi ein schlenke hatte ich mir jetzt überlegt das heißt hier packen wir das jetzt sozusagen auch noch mal alles mit rein ich könnte jetzt hier noch mal so ein raufsteller setzen so als klein also hier machen wir mal so und so das heißt hier mache ich noch mal eine tür rein so als seiten damit wir überall ein bisschen reinkommen können dann hier nette soll ja keine türen werden hier soll dann wieder ganz normal werden so und hier muss ich mir dann sowieso noch mal überlegen wie ich das dann hier richtig umsetzen wert so ich denke mal dazwischen das sollte ich wirklich frei lassen das bitte dann dafür die optik auch sein das heißt ich mache jetzt nur hier auch hart holz ein ungefähr so ich hoffe ich kriege das so hin wie ich mir das vorstellen da fehlt mir schon hart holz ist aber kein problem wir haben ja noch ein bisschen was da wir haben ja noch ein bisschen was da so das heißt ich greife jetzt mal sogar in die unterste kiste hier man das ist aber die unterste schublade mal gucken das mit dem dach wird sowieso dann noch mal ein bisschen schwieriger hier vorne bei dem könnte ich aber steuern schon wieder auf die nächste insel zu nee ich werde jetzt die inseln wirklich mal umschiffen dann nehmen wir da jetzt noch fenster rein oder nicht kommen wir lassen die zu wir lassen die zu wir lassen das wirklich zu das heißt jetzt müsste ich mal gucken dass ich jetzt hier mit hammer wegschmeißen die dachdinger rein krieg ich also ich habe mir überlegt hier wollte ich ja schiefe reinhaben und dann wollte ich das auch immer mit dem blätterdach haben als würde nur gucken wie ich das jetzt am ehesten hinkrieg ich das ist kein problem das kriegen wir so hin da kann ich auch sogar zu machen eigentlich doch ganz einfach er nimmt er gibt mir sogar gleich die richtigen vor meine güte so hier wird jetzt ein bisschen tricky weil da müsste ich jetzt eigentlich oben noch ein hinsetzen also ein geraden drüber damit ich dann von dort aus vielleicht was machen kann das mal gucken wir haben die insel schon gerammt das ist schlecht weil es gibt keine ressourcen das heißt wir müssen einmal abdrehen motorkraft oder geht so erst mal richtig weg drehen hier ist man von der insel so ein bisschen abstoßen so jetzt habe ich die seite drin das wird jetzt zwar ein bisschen extrem schaukeln aber mal gucken so jetzt ist aber die sache die jetzt sind wir ja hier relativ groß dass ich hatte erst überlegt dass ich das hier zusammenziehen mit so ein ding aber das klappt ja gar nicht und ich hätte erst den hinteren machen müssen dann hätte ich mehr ressourcen gekriegt ja Wollte ich noch mal schauen gibt es auch sowas wie ein flachdach nehmen flachdach gibt es nicht Also entweder wir lassen es jetzt spitz zulaufen Oder ich kann halt versuchen halt mit sowas hier rumzueiern So ist ja auch dann auch die falsche sache Bloß das problem ist wir kriegen ja dann da müssten wir dann noch einen diagonalen hinsetzen das heißt hier Ach ich kann die auch switchen Ich hätte die auch switchen können Na gut so ich muss mich mal kurz ums bürtchen kümmern hier wir sehen schon wieder in der halben insel fest hier Wir müssen abdrehen davon abdrehen wegdrehen wegdrehen Kommt dreh reiß das ruder rum Windkraft komm helf Na wir hängen da jetzt zum glück an der kleinen spitze fest aber die kleine spitze und jetzt Schiebt sich das schön zur seite wunderbar So und jetzt muss nur noch wieder aus Schraffieren hier Dann dürfte eigentlich auch passen So wie gesagt das problem ist halt ich hätte halt gerne Hier jetzt ein flach dach drauf das problem ist ich habe jetzt hier sehe ich jetzt gerade keine möglichkeit irgendwie ein flach dach zu machen Und ich wollte es halt eigentlich auch schon grünte lassen wir könnten jetzt natürlich hier Mit den normalen stabilen planken aber ich glaube nicht dass das geht Weil irgendwann haben die ja kein halt mehr Aber ich glaube das würde dann auch ein bisschen blöder aussehen Man könnte jetzt sagen hier so zack 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 Wenn wir da ein paar Zum motor mich Ja aber das ist halt so die einzige planken art die ich jetzt hier reinsetzen kann ich will jetzt hier aber auch nicht die Billigen planken nehmen wir wollen ja schon hübsch aussehen Für das ganze Okay ich sehe Oh, 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 oh Dieser Wellengang manchmal, na es ist schon Schon ärgerlich So, jetzt ist aber die eine seite ein bisschen schief dafür Okay, das ist Mist Das ist Mega Mist Ich kann ja sogar aus an den Dingern runterfallen Aua Böser Willi Böse So, erstmal kurz was hochtrinken Dann kriege ich ja wieder, ist ja nicht so wild Hm Wie mache ich das dann jetzt am schlauesten Also hier können wir jetzt zum Beispiel auch Keim mehr reinsetzen Heißt, ich müsste hier zwar so ansetzen Aber wir haben dann halt die Maserung auch nicht ganz gerade Ja, entweder ich gehe in die Richtung oder in die andere Richtung Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal Stabilisatoren Weil wie gesagt mit einem Flachdach Wenn es da zu spitz ist Dann sehen wir ja halt nichts darüber Ich habe ja jetzt schon das Problem, wenn ich jetzt hier hoch Das ist ja schon mal nicht hoch genug Weil ich jetzt hier so ein bisschen drüber gucken muss Um zu sehen Ja, hier komme ich um die Insel rum oder nicht Hm Gut Dann heißt das geht nicht anders Jetzt probieren wir nochmal was anderes aus Also ja noch in der Testphase hier So, das müsste aber eigentlich ganz gut gehen Wenn ich die jetzt hier zu mache So Das ist aber die Frage Komme ich Das ist so ein Mist Das ist so ein Mist Hallo Willi Äh, wo ist jetzt mein Da Äh, da Da muss ich vorsichtig sein Gut, dass wir hier so viel Platz haben So, wenn wir jetzt hier aber Kann ich da jetzt auch Die Decken dran heften Hier war das Ne, der will die da haben Ich will die aber da hinten haben Kann ich hier nicht auf den Motor springen? Ja, auf den Motor geht Ja, es geht Es geht Es ist Oh Ey, das ist ein Gezappel So Also es geht Es geht Das heißt ich kann hier abschließen Ja, was weiß ich Da können wir dann vielleicht nochmal eine Kerze oder so draufstellen Ist okay Also es geht Gut Das heißt Wir machen hier schon mal rüber Dann setzen wir hier schon mal rüber Dann nimmt das Boot ja langsam Gestalt an So, jetzt machen wir hier nochmal Die Diagonalen Ich weiß nicht Ich arbeite jetzt nur noch mit diesen Diagonalen So Und jetzt müssen wir gucken, dass wir es hier jetzt auch irgendwie hinkriegen Weil ich will ja den nicht da vorne Ich will den da hinten haben Ich will den da hinten haben Ich will mich hier jetzt irgendwie draufstellen Wenn ich jetzt hier wieder durchfalle Dann beiße ich mir den Arsch Ah, okay, gut Es klappt auch so Gut Nächsten Und hier noch einen Es wird Es wird Es wird Es wird Ich gehe von hier aus Ja Kann ich auch So Wie ich es da denn machen will Da muss ich mir dann nochmal was überlegen Weil ich brauche dann da auch eine Ansetzung Da müsste ich dann ja gleich geradezu die Dinger reinsetzen Also für die Zugangsmöglichkeiten zum Boot Aber wenn wir jetzt hier im Motorenhaus sind Hm Na, müssen wir mal gucken So, ich kann ja hier nochmal Bisschen schauen Das gefällt mir irgendwie nicht so Dass das hier so Hm Ich den vielleicht nochmal umändern In eine andere Richtung Ne, das geht nicht, ne Der nimmt ja nur so die Sache an Ja, gut Das hier geht Leider nicht anders Das heißt, hier haben wir immer so ein So ein klein Eck drin Aber hier komme ich jetzt auch nicht weiter Durch Ich habe halt nicht mehr Mehr Holz bei Gut Gehen wir uns einmal kurz Holz besorgen Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal eine Leiter denn da hoch setzen Zu anfangen Damit wir da ein bisschen besser Einfacher bauen können Ah, der Weltengang ist ja heute mal wieder Hm So, mal kurz gucken Tierchen Es regnet ja schon eine ganze Weile Oh, guck mal Euer ganzer Rasen ist wieder da Der ist wieder bewässert Ist cool, wa? Ist doch schön So, auf jeden Fall Freiluftgehege Wird definitiv drin sein Aber schauen wir mal So, jetzt gucke ich mal Dass ich hier mir vielleicht erstmal so eine billige Leiter Damit ich hier auch hochkomme Ja, oh, das ist so viel besser So viel besser So, jetzt müssen wir erstmal gucken Dass wir jetzt hier Natürlich irgendwie rüberkommen Hm Da kann ich keinen hinsetzen Weil Bin nicht nah genug dran gewesen Das heißt, ich brauche hier sogar noch einen Pfosten Den kann ich aber nachher wieder abreißen Das ist ja nicht weiter wild So, machen wir den gleich da hin Und jetzt kann ich das Verbinden Na Jetzt so So Und ich hoffe Ich kann jetzt hier auch Einfach die Schräge dran heften Weil das wäre dann Sehr Sehr Cool Ja Nein Und Oh Gott Ja gut, weil wir die ja auch mit den Halbdingern bauen Deswegen Eier da hier so rum Nee, aber das passt Und wenn wir jetzt hier ein Flachdach drauf machen Dann kann ich ja auch immer noch schön drüber gucken Bin ich am überlegen Wenn ich jetzt hier sowieso ein Flachdach drauf habe Hier nachher nicht sogar noch die Empfänger hier auf die jeweiligen Seiten Aber ich glaube, das wäre dann zu weit weg vom Grundempfänger Oder? Na ja, jetzt hier sozusagen dann in der Mitte Einmal so ein Bip, bip, bip Hinsetzen In der Mitte einlassen Und auf der anderen Seite Ich glaube, dass die wären dann untereinander ein bisschen zu weit weg Aber das können wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren So, ich kann hier schon mal das zusammensätteln Jetzt gucken wir mal, dass wir hier Und schon mal die nächste Seite machen Hey, eigentlich auch von hier unten den Da unten irgendwie hinsetzen Nee Das heißt, ich setze ihn hier auch gleich nochmal hin So Besser ist es Dann machen wir hier auch gleich die Schrägen einmal rein Mal drehen Na So Na, jetzt nimmt doch unser Bildchen langsam so ein bisschen mehr Gestalt an So, jetzt hole ich mir nochmal einmal Holz nach Können wir einmal kurz absammeln Wir haben eigentlich noch genug Holz da Also ich kann jetzt mindestens Zwei bis drei Baufolgen machen So viel Holz haben wir da Das heißt, wir werden jetzt mal richtig die Ressourcen erstmal richtig auf Null bringen Also so richtig Ja, so dass ich dann halt wirklich mal wieder anhalten müsste Das ist der Plan Das ist der Plan Und daran halten wir uns jetzt auch So, jetzt habe ich aber bestimmt nicht genug Grünzeug, oder? Na Viel brauchen wir ja nicht Ich fand so ein bisschen andere Farbe So ein bisschen rein spielen Sieht nicht verkehrt aus So Die haben wir ja anders gesetzt Ah, okay, jetzt Okay, nicht genug Blätter Nicht genug Blätter Wir stoßen gleich schon wieder auf eine Insel Das gibt es ja nicht Da treffen wir ja jetzt schon wieder eine Insel So So, nehme ich das erstmal alles raus Und packe hier mal Plastik rein So viel Plastik brauchen wir gerade nicht Okay Und hier haben wir ja sowieso nochmal Blätter ohne Ende Nehmen wir alles mit Für die Optik Für die Optik So, ich lasse das Ding jetzt einfach ran Oder ist das vielleicht doch besser Sollen wir das noch einen höher machen Das ist jetzt auch nochmal eine Überlegung Dass wir noch sagen Noch eins höher Aber nee, dann kommt Wir können dann halt nicht richtig drüber gucken Das ist so mein Problem Wer nachher gut drüber gucken können Na, der will nicht so richtig Jetzt Also entweder wir lassen diesen kleinen grünen Streifen Jetzt den wir jetzt drinnen haben Oder wir machen hier halt wirklich nochmal ein Ein oben drauf Hm Dann wäre es aber zwei hoch Nee, komm Wir machen zu Wir machen zu Zu ist besser Das heißt hier Setzen wir jetzt schon überall die Halben ran Das wird das Dach hier weitestgehend fertig kriegen Das wird Holz brauchen ohne Ende Aber es soll ja auch noch was aussehen So, jetzt drehen wir schon mal um Setzen hier schon mal die ganzen Dinger rein Okay Kein Holz mehr Wir müssen sowieso gerade umsteuern Also passt das So, ich sehe gerade Ich bin schon wieder Ich habe kein Was mache ich denn hier für Vorbereitung Scheinbar gar keine So, hier einmal kurz Wasser rein Ach, hallo Willi So So, nochmal was essen Und dann wollen wir mal gucken Dass wir jetzt hier rumkommen Ach Dafür sind wir halt mittlerweile einfach schon zu groß Ja, aber man merkt Ist schon ein bisschen Sichtblockade, ne Erst hatte ich ja überlegt Okay, wir machen einfach von beiden Seiten Äh Fenster rein Dass ich dann so ein bisschen durchgucken kann Aber dafür ist es halt auch nicht hoch Äh, nicht Nicht gut genug Mensch, jetzt Dreh doch hier einfach mal rum hier Einmal richtig Ich drehen Ich weiß, du musst das Boot jetzt ein bisschen nach hinten schieben Und so Ja, da müssen wir jetzt gerade die flache Seite jetzt erstmal abwarten Wenn die Spitze kommt, dann geht es eigentlich relativ einfach So, jetzt, jetzt, jetzt rutscht er ab Jetzt rutscht er ab So, jetzt können wir die Insel sogar nochmal als Antrieb hier benutzen Dann würde er einfach besser rumkommen Na Noch ein Stück Die Insel will mich jetzt nicht mehr loslassen hier, oder was? Ja, ich weiß, dass da jetzt alles ist und so Aber jetzt kommen wir gleich auf der Seite an Eigentlich könnten wir ja auch Das nochmal entgegengesetzt machen Machen wir so Wir können uns hier drehen, wie wir wollen Hat ja kein Problem damit Das heißt, wir nutzen einfach die Vorderseite des Bootes so ein bisschen Um so ein bisschen abzustoßen Weil unsere Vorderseite ist ja schon noch ein bisschen breiter So, hoppala So, und jetzt können wir uns einfach schön an die Seite drehen Ah, ich kramm das Ding immer noch, aber Hat ausgereicht Müssen wir vielleicht die Nase doch nochmal ein bisschen länger machen Vielleicht Also bei solchen Manövern Passt eigentlich auch Ganz kleines Stück So, und dann passt das auch alles wieder Gut So, ich habe kein Holz mehr Komm, eine Fuhre Holz machen wir jetzt hier noch weg Ich habe ja hier noch genug da So Alles mit Holz voll Das heißt, jetzt nochmal eine ganze Fuhre Holz hier jetzt wegknallen Dann haben wir nämlich schon mal den Außenrand drin Und jetzt bräuchten wir ja so oder so Ähm, ja Hier so ein Nüpel in der Mitte Und der braucht ja dann nochmal so Mindestens so einen halben oben drauf Damit ich da einmal rumbauen kann Und jetzt gucke ich mal, ob das jetzt auch wirklich passt Bevor ich die jetzt alle hintereinander aufstelle Na gut, ich werde ein paar mehr brauchen Ich werde ein paar mehr brauchen Aber es geht Das ist jetzt schon wieder so eine komische Zahl hier So, das heißt, ich werde hier, wo wahrscheinlich noch einen brauchen Denn brauche ich hier einen Na genau Da einen So, dann immer zwei Das heißt, hier, hier Hier, hier Hier, hier Zum Glück können wir die nachher alle abreißen Ansonsten Ansonsten würden die hier so richtig schön sperrig rumstehen So, jetzt habe ich nicht überlegt Ich muss ja noch die halben draufsetzen Ich habe ja jetzt gar keine Ah, ich habe noch ein paar So kann ich jetzt noch die halben draufsetzen Gut, dann können wir jetzt einmal schon mal die ersten ansetzen Dann müssen wir sie nämlich nur noch einmal wegmachen So, jetzt, ne Komm, gib mir mal wieder die halben hier Ja, das passt So, machen wir hier schon mal die ersten zu Ja, das sieht Das sieht viel besser aus Das war sehr, sehr, sehr flach Aber mal gucken, vielleicht können wir da noch irgendwas draufstellen Dann Deko Und vielleicht noch irgendwie was reinsetzen Da muss ich mir nochmal etwas überlegen Aber von wegen, nur eine Fuche Holz Das ist Wahnsinn, was wir hier an Holz verbrauchen gerade Komm, eine Fuche machen wir noch Eine noch Das ging jetzt ein bisschen zu schnell So, hier nochmal Holz Oh, warte, ich habe gleich mal ein ganzes Holz leer geräumt Das waren drei Kisten Holz voll Lecko mio So, aber ich will das Ding hier wenigstens fertig kriegen Und runterfallen Und noch tiefer fallen Diesmal habe ich aber keinen Biss abgekriegt So Na komm Ey, du Dem wollte er mir nicht geben Ich glaube, ich sollte mal drei machen Und dann rüberziehen So Ne, zwei Zwei, so Und dann machen wir zu Ah, hier klappt das schon nicht Gut Jetzt müssen wir noch die anderen Balken einmal reinziehen Aber gut Jetzt müssen wir sowieso erstmal wieder Ressourcen sammeln Ne, aber Ist okay Ist das halt hier noch sehr einfarbig Wie gesagt, die beiden Ecken gefallen mir nicht Gehen aber leider nicht anders rein Von der Holzmaserung Ich hätte sie auch gerne schön seitlich Das würde halt ein bisschen besser passen Aber gut Man sieht es ja nicht Man sieht es ja eigentlich nicht Ne Ne Hier soll er nachher auch nochmal zu Oh Den habe ich auch sogar schon falschrum eingesetzt Da geht es schon los Gut Aber okay Gut Dann würde ich sagen Räume ich hier einmal kurz die Netze leer Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Hoffentlich schon wieder Also Schaltet wieder ein Und bis denn Dann